Ich spiele Solo und es ist nur einer drin. Es sind nur sieben andere drin. Das ist voll krass. Jendrik, du bist noch nicht live. Ja, das dauert ein bisschen. Jetzt! Gerade live. Leute, das ist so krass. Es sind einfach nur sieben Leute. Jetzt! Gerade live. Leute, das ist so krass. Jetzt! Oh, nein! Ein Zuschauer namens Luca. Jelle, guck mir mal zu. Ich habe nur sieben andere Leute drin. Ein Zuschauer namens Luca. Jelle, guck mir mal zu. Ich habe nur sieben andere Leute drin. Ein Zuschauer namens Luca. Jelle, guck mir mal zu. Ich habe nur sieben andere Leute drin. Ein Zuschauer namens Luca. Jelle, guck mir mal zu. Ich habe nur sieben andere Leute drin. ja ich schreibe die ganze zeit kannst du aufhören klappe warum bist du schon wieder nicht live er geht live nicht mal zehn sekunden später wird er wieder auf luka guckst du mir immer noch zu ja 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 warte jenrik ich donate dir ok ich donate dir heavy wahrscheinlich wenn ich bitte wie du geh live zeit film mit dem live bei mir ist das dann nicht ich werde ich bin ich lang ich werde kasse ein bisschen spielen und dann gehe ich auch wieder also ich bin gerade normal solo runde und mache mich warm für custom und dann gehe ich aber auch schon wieder wie weit ist er reif ok hier ist einer im kipp ich will und hier die 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 gang bis habe ich nicht mehr was ist das gegen wies kämpfen sowie vollgeist und witziger ich gucke ein bisschen erreicht oder nicht kommt jetzt so drittiger hey luca rupp am gumman style läuft höre mal beste musik oder luca warum läuft hier rupp am gumman style k k warte 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 gleich wird stand nie auseinander da geht könnt ihr auch wenn sowas zu sagen ich bin live sag sobald er raus ist sobald live machen eingeparkt wenn sie sagt sobald wir uns bereit machen ich bin jetzt auch was salamanakum freundes salamanakum freunde die alle leben sind nicht genau den richtigen auch ein ja war ich kann aber doch nicht dafür schadetchen du kannst dich schon bereit machen jetzt wird lukas ja mann und mann im standen jetzt hoch jendrik leider kannst du jetzt nicht mit spielen und macht viel mehr spaß wenn man nur noch hier geht es ja ich bin der einzige was schinken kann ich war schön dann ja ich bin schon über die sieben leute bei mir habe den tod bin runtergefallen du kannst doch in seine runde gehen ja jetzt schon beigetreten leute zu noch guckst du mir noch zu nicht bitte gucken wir wieder zu du musst alles gucken ich guck gerade allerdings aber jetzt auf einmal ach der ist noch niemand ich habe bereit Tja, offen mit. Yen-Yen-Yen, ich offen mit. Stream, keine Bock mehr. HALEN! Gib mal einen Adem. HALEN! ACHO! Okay, dann machen wir ein Geschenk. wie wir sind bei euch ich bei mir auch sieben wir kommen in der runde bei mir bei mir auch bei mir auch was ich will seine gesichter sehen kannst du den leichter weg machen ich mache jetzt live Blau Kraut bleibt Blau Kraut, bester Lebe. Geldhart hast weggemacht. Geldhart hast weggemacht. Geldhart hast du weggemacht. Geldhart weggemacht. Geldhart hast du weggemacht. Geldhart ist. Ich geh wieder als Crew. nur ich kann nämlich nicht spielen warum nicht ganz gleich er hat sich ja noch nicht bereit gemacht ach du hast den Koto die Werbung er hat die Werbung gemacht er hat die Werbung die Werbung okay mach ich ja nicht ja das ist er bringt Verzögerung ja ja Ich hatte schon gesehen, dass du noch gespielt hast. Micha könnt ihr am Lee gucken. Der Opfer. Der Opferste. Meine Werbe. Die anderen bleiben vor der Tür stehen. Stell dich gerade zum Spiegel und sag 13 mal ohne dich zu versprechen. Mein Gott, derchter Kopf. 2 Leute sind wunderbar. Es kann sich auch durch Kratzen bemerkbar machen. Das Gewicht wird rasend schnell zu nehmen. Wenn du merkst, dass es dir zu schwer wird, geh schnell zur Toilette und spüle es hinunter, weil dann ist das Ritual vollendet. Wenn du das jedoch nicht tust und dir das Baby hinunterfällt, wird die Mutter des Babys Bloody Mary im Spiegel erscheinen und dich töten. Also viel Spaß beim Ritual! An alle die jetzt... Ich weiß nicht, der Kohl. Ich werde da unten wieder markiert und es wird nicht so oft verschickt, Digga. Wieso gibt da jetzt ein Messer? Wie soll ich auf diese Videos reagieren? Sag nicht, das ist jetzt ein Kuchen oder so. Was? Jetzt hat der Kuchen geklebt. Wutte Fall. Okay. Was war das? Was war das für ein Sound, Lach? Ja, ich weiß nicht, der erste Auge. Ich werde da unten wieder markiert. Gib mir ein Like. Lecker. Hey, spinnst du? Was machst du da? Papa, wieso schreist du denn so? Ich mische mir gerade nur den Sirup zusammen. Stopp, so lasse ich dich das sicherlich nicht trinken. Das ist viel zu viel. Du spinnst doch. Davon bekommt man Diabetes. Hier. So kannst du's trinken. Misch das mit Wasser. Aber anders sicher nicht. Und den Sirup, den nehme ich auch. Das soll ich mit Wasser mischen, Papa. Das hat dir dann gar keinen Geschmack mehr. Dann trinke ich das lieber so. Mh. Hey, spinnst du? Was machst du da? Papa, wieso schreist du denn so? Ich mische... Oh mein Gott. Das ist so viel. Oh mein Gott. Das ist so viel. Ah.